Dies ist die wahre Geschichte eines 16-jährigen deutschen Jungen am Ende des Zweiten Weltkriegs. Das Manuskript stammt aus der Rohfassung seiner Biografie von Klaus Hemmo. Wie der Vogel, so das Lied. Wendejahre in einem deutsch-sorbischen Leben. Was bisher geschah. Mai 1945. Der Krieg ist vorbei. Als der 16-jährige Klaus vom Einsatz an der Front physisch unbeschadet nach Hause zurückkehrt, erlebt er eine gehörige Überraschung. Die Wohnung ist vergeben an Flüchtlinge. Er kommt unter bei Verwandten. Aber die Stille trügt. Folge 4 Im Visier des NKWD Gerade mal fünf Tage waren vergangen, da klopfte an die Tür meiner Verwandten in Krauschwitz ein Mann mit einer armbinde Polizei und verlangte nach mir. Als ich auf den Hof trat, erklärte er, sein Auftrag sei es, mich zu einer Befragung nach Weißwasser zu bringen. Mein Onkel wollte wissen, weshalb und wozu. Der Polizist in Uniform hob die Schultern, setzte an Verzweiflung widerspiegelndes Gesicht auf und log ungeniert. Und flüsterte mir ins Ohr, lass dich nicht einsperren. Wir gingen los. Wir gingen los. Und ich wollte nicht. Ich wusste ja nach der Warnung durch meinen Schulkameraden Hans und dem Gespräch mit dem Bürgermeister, wonach ich befragt werden sollte. Doch das war nur die halbe Wahrheit. Es ging nun nicht mehr nur um die Pistole, das HJ-Einsatzkommando und unseren Einsatz im Volksturm. Es ging fortan um mehr. Ein erster Hinweis darauf war schon der Umstand, dass mich der Mann mit der Armbinde nicht zum neuen Polizeirevier brachte, sondern in einer Art Außenstelle der sowjetischen Kommandantur ablieferte. Gegenüber der großen, mit roten Backsteinen gebauten Schule, an der Schweigstraße, übergab er mich und meinen Ausweis an einer Toreinfahrt einem sowjetischen Offizier. Dieser buxierte mich sofort, keinesfalls grob oder unfreundlich, in den Keller und schloss mich in einem der Räume ein. Auf zwei Holzböcken lag ein Dutzend Bretter, zu einer Fläche zusammengeschoben, ansonsten war er leer. Durch das kleine, nicht vergitterte Kellerfenster konnte ich sehen, dass auf dem Hof sowjetische Soldaten irgendwelche Gegenstände auf ein Pferdegespann verluden. Ich hockte mich auf die Bretter und wartete. Stundenlang geschah nichts. Am Abend erschien ein Soldat mit einer Steppdecke. Er warf sie wortlos auf die Bretter und verschwand. Nach einer Weile kam er jedoch wieder. Dieses Mal hatte er eine dicke Scheibe dunkles Brot und einen Becher Tee in den Händen. Dann holte er noch ein Kochgeschirr mit Gemüsesuppe aus dem Kellergang. Es war wohl das komplette Soldatenabendbrot. Ich hatte Hunger und aß alles auf. Die Suppe schmeckte gut. Es wurde richtig dunkel. Elektrisches Licht gab es nicht. Mein Jackett faltete ich zum Kopfkissen, rollte mich in die Steppdecke und versuchte zu schlafen. Doch das ging zunächst nicht. Warum war ich nicht bei der neuen Polizei, sondern bei den Russen gelandet? Und so ließ ich nicht nur die Ereignisse der letzten Wochen, sondern überhaupt die letzten Jahre meines jungen Lebens noch einmal Revue passieren. Das Ergebnis war, begeisterter Nazi, ja, aber Kriegsverbrecher, nein. Mir kam nicht in den Sinn, dass sich die Sowjetarmee als in Feindesland befindlich betrachten musste, also als Besatzungsmacht. Selbst dann nicht, wenn sie als Befreier vom Hitlerregime gefeiert wurde. Vor allem nicht, dass sie die Entwicklung einer deutschen Partisanenbewegung befürchten musste, mit ähnlichen Erfolgen, wie sie ihre eigenen Partisanen im Kampf gegen die deutschen Aggressoren erzielt hatten. Zumal der erbitterte deutsche Widerstand an der Oderfront und in Berlin in den letzten Kriegsmonaten gezeigt hatte, welch großes Widerstandspotenzial die Naziführung in einer schon aussichtslosen Lage noch zu aktivieren vermochte. Bei meinem späteren Geschichtsstudio erfuhr ich, dass auch die westlichen Alliierten damals dieselben Befürchtungen hatten. Das Joint Intelligence Committee, eine Abteilung in deren Hauptquartier, vertrat die Ansicht, dass als Folge der vor allem von Himmler geschürten Propaganda besonders aus der fanatischen Nazi-Jugend eine Guerilla-Bewegung entstehen könnte. Am nächsten Morgen, es gab Brot und Tee mit viel Zucker, brachte mich mein Soldat in eine offensichtlich zum Büro umfunktionierte Wohnung. Der Offizier, der mich in Empfang genommen hatte, suchte einige Minuten meinen Ausweis und steckte ihn in einen großen, offenbar nicht leeren Briefumschlag. Er gab ihn an einen anderen Soldaten weiter, der mit seiner Maschinenpistole ins Zimmer getreten war. Die beiden wechselten einige Worte. Dann bedeutete mir der Soldat zu gehen. Als wir auf der Straße waren, gab er mit einer Handbewegung die Richtung vor und brachte seine MP in Anschlag. So hielt er sie, solange wir liefen. Es ging in Richtung Bahnhof und von dort die Bahnhofstraße hoch zur Eisenbahnbrücke. Zwei, drei Leute begegneten uns. Als sie uns sahen, wechselten sie auf die andere Straßenseite. Ich nahm einige scheue Blicke wahr. Ein Bekannter war offenbar nicht unter ihnen. Wir liefen über die Brücke und bogen an ihrem Ende rechts ab, nun wieder bergab. Jetzt zum Güterbahnhof. Vor den dunkelroten kleinen Häusern, die von der Reichsbahn dort für ihre Mitarbeiter gebaut worden waren, kam uns ein Eisenbahner entgegen. Nicht zu übersehen wegen Größe und Umfang. Es war der dicke Franke, wie zumindest wir Jungs den Chef der Eisenbahner Musikkapelle nannten. Da die Straße zum Güterbahnhof nicht sehr breit war, kam er uns ziemlich nahe. Ich fasste Mut und rief ihm zu, »Herr Franke, sagen Sie bitte meinen Verwandten in Krauschwitz, dass die Russen mich mitgenommen haben.« Mein Bewacher ließ es geschehen. Wahrscheinlich verstand er ebenso wenig Deutsch, wie ich russisch. Als ich mich schnell noch umdrehte, sah ich, wie der Eisenbahner stehen geblieben war und mir zunickte. Verstanden, ich mache es. Auf dem Güterbahnhof stand ein langer russischer Militärtransport. Offene Güterwagen mit Geschützen und anderem Kriegsgerät sowie einigen Personenwaggons. Zu einem dieser Wagen brachte mich der MP-Schütze. Ein Soldat kam uns entgegen, nahm den Brief, packte mich am Arm und zog mich zu einer Waggontür. Sie wurde geöffnet und ein zweiter Soldat zog mich hoch in das Abteil. Er empfing mich mit einem Redeschwall. Ich reagierte mit einem mühselig herausgequälten »Nieponimaju«. Ich muss dieses russische »Ich verstehe nicht« so dämlich ausgesprochen haben, dass der Soldat in ein breites Gelächter ausbrach, das kein Ende nehmen wollte. Der Vorgang wiederholte sich, nachdem der Soldat, der mich zum Abteil geführt hatte, nun auch einstieg und ebenfalls auf mich einredete. Dieses Mal war dann das Gelächter zweistimmig. Zum Lachen war mir natürlich gar nicht zumute. Mich beherrschte nur ein Gedanke. Ist das der Antritt einer großen Reise nach Sibirien? Wohin bringen sie mich? Meine beiden Bewacher oder Begleiter versuchten in den nächsten Stunden noch mehrmals sprachlich mit mir Kontakt aufzunehmen, freilich jedes Mal mit dem für sie unbefriedigenden, aber heiteren Ende. Am späten Nachmittag setzte sich der Zug in Bewegung. Wir rollten durch Rietschen. Mit einigen Zwischenstops erreichten wir Wehrkirch, Horka. Dort wurde rangiert. Als es dunkel wurde, ging es weiter Richtung Osten. Die Abteile dieses alten Typs von Personenwagen hatten lediglich zwei gegenüberliegende lange Sitzbänke. Jeder der beiden Soldaten beanspruchte eine Bank zum Schlafen. Für mich legten sie in die Mitte zwischen den beiden Sitzgelegenheiten einige rossische Zeitungen auf den Boden und bedeuteten mir, dort zu schlafen. Ich rollte wieder mein Jackett als Kopfkissen zusammen und versuchte es. Aber es ging nicht. Zunächst wenigstens. Noch immer beherrschte mich der Gedanke Sibirien. Wenn aus meiner Befürchtung Wirklichkeit werden sollte, würde ich dann jemals in die Heimat nach Deutschland zurückkehren können? Schließlich schlief ich doch ein. Wohl in den Schlaf gebracht durch das gleichbleibende Fahrgeräusch des Zuges. Am nächsten Morgen ist das erste Bahnhofsschild, das ich sehe, Bunzlau. Unser Transportheld. Und einer meiner Bewacher steigt aus. Nach einer Viertelstunde kommt er mit drei Kochgeschirren voller Suppe und drei Stück Brot wieder. Dann geht der andere Soldat und holt Tee. Es ist Graupensuppe. Eigentlich mehr ein Brei und süß. Kascha. Für mich neu und nicht besonders schmackhaft. Aber der Hunger treibt's rein. Nach fast einer Stunde rollen wir weiter. Ich sehe das Bahnhofsschild Heinau. Dann erreichen wir Lignitz, das heutige Legnitzer. Der Zug stoppt wieder. Dieses Mal bekommen wir, das heißt ich, Besuch. Ein MP-Schütze übernimmt den großen Briefunschlag und mich. Meine bisherigen Begleiter verabschieden mich freundlich. Als wir, der Soldat hinter mir, wieder mit der Waffe im Anschlag, über die Gleise in Richtung Stadt klettern, winkt einer der beiden sogar noch einmal. Wir laufen etwa eine halbe Stunde durch eine fast unbeschädigte Stadt bis zu einem Villenviertel. Vor einem der vornehm wirkenden Häuser steht ein sowjetischer Posten. Wir sind am Ziel, dem Quartier einer operativen Gruppe des NKWD. Ein anderer Soldat übernimmt mich und bringt mich und die Papiere in einen großen Raum, ausgestattet mit ziemlich eleganten Möbeln. Es ist sicher das Arbeitszimmer des deutschen Hausherrn, der entweder geflohen ist oder ausquartiert wurde. Hinter dem Schreibtisch sitzt ein sowjetischer Hauptmann. Der Soldat drückt mich in einen Sessel. Der Hauptmann öffnet den großen Briefumschlag und vertieft sich in das Lesen der Papiere. Nach etwa einer Viertelstunde legt er sie zusammen. Er mustert mich einige Sekunden eindringlich. Dann platzt er heraus. Zum ersten Mal höre ich jetzt, wessen ich beschuldigt werde. Mitglied jener Widerstandsbewegung gegen die Besatzungsmächte zu sein, von der ich bisher nur gehört oder im Panzerbär gelesen hatte. Zunächst waren Wehrwölfe eine deutsche Untergrundorganisation, welche als Brems- und Störfaktor im Hinterland der anrückenden alliierten Armeen geplant war. Im Jahr 1944 wurden sie als Widerstandsbewegung in den von den Alliierten besetzten Reichsgebieten neu konzipiert. Sie sollten einen Volkskrieg auf breitester Basis ermöglichen. Doch ihr Aufbau kam über die Anfänge nicht hinaus. Geplant wurde sie von den Führungen der SS, der NSDAP und der Hitlerjugend. Heinrich Himmler, Reichsführer SS und Chef des Ersatzheeres, drohte in einer Durchhalterede am 18. Oktober 1944 im Rundfunk Himmler und Bohrmann entschieden den Aufbau von Wehrwolf-Kommandos, wie schon die Installation des Volkssturms, nicht der Wehrmacht, sondern den Gauleitern der NSDAP und deren Untergebenen zu übertragen. Sie wurden angewiesen, vor allem junge, zumeist für Panzerjagdkommandos, schon ausgebildete Volkssturmangehörige, Hitlerjungen und fanatische Nazis jeden Alters in den neuen Kommandos zusammenzufassen. Sie sollten die alliierten Streitkräfte, wann immer sich irgendeine Gelegenheit bietet, aus dem Hinterhalt angreifen, deren Kommunikations- und Versorgungslinien unterbrechen und nicht zuletzt auch deutsche Verräter hinrichten. Für die Spezialausbildung zum Partisanenkampf, dazu zählten Funken, Sprengtechnik, das Anlegen von Erdbunkern und Waffenverstecken, wurden in der Mehrzahl Offiziere der Waffen-SS abkommandiert, aber auch Feldwebel und Unteroffiziere der Wehrmacht, die zur Unterstützung des Aufbaus des Wehrwolfs verpflichtet worden waren. So kam die Ausrüstung der Kommandos aus Wehrmachtsbeständen. Aktiviert wurde der Wehrwolf besonders in Süd-, West- und Norddeutschland. Dort kam es auch zu den spektakulärsten Aktionen, wie die Ermordung des Oberbürgermeisters von Aachen, weil er mit der US-Armee zusammenarbeitete, oder der Mordnacht von Penzberg. In dieser oberbayerischen Kleinstadt wurde eine ganze Gruppe von friedliebenden Bürgern von Wehrwolf-Mitgliedern ermordet. Sie hatten weiße Fahnen an ihren Häusern angebracht oder die sofortige Beendigung der Kampfhandlungen öffentlich gefordert. In Baden-Württemberg und in Thüringen beschossen Wehrwölfe französische bzw. amerikanische Panzer mit Panzerfäusten. Aber das blieben Einzelaktionen. Eine richtige Widerstandsbewegung gegen die Besatzungsmächte kam nicht zustande. Nicht in den drei westlichen Zonen und erst recht nicht in der sowjetischen. Zum einen waren dort fast alle nationalsozialistischen Amtsträger in den letzten Kriegswochen nach Westdeutschland geflohen. Zum anderen war die Mehrheit der Bevölkerung durch persönliche Erfahrung mit Angehörigen der Sowjetarmee und die besonders in den letzten Kriegsmonaten auf Hochtouren gebrachte antisowjetische Gräuelpropaganda des Hitlerregimes eingeschüchtert. Kaum jemand unterstützte irgendwelche Widerstandsaktionen. Obwohl es also in der sowjetischen Besatzungszone weitaus weniger Versuche gab, dem Wehrwolf leben, einzuhauchen, leitete die sowjetische Militäradministration großflächig eine Art Rasterfahndung nach Wehrwölfen ein. Die Operativgruppen des NKWD wurden dabei von deutschen Antifaschisten unterstützt. Sie sahen es als ihre Pflicht an, Angaben über die Mitgliedschaft und Funktion einzelner Personen in der NSDAP und in anderen Nazi-Organisationen einschließlich der Hitlerjugend zu machen. Die neu eingesetzten Bürgermeister und Polizeiorgane wurden von der sowjetischen Armee regelrecht dazu verpflichtet. Wer jung war und der Hitlerjugend oder dem Volksturm angehört hatte, galt von vornherein als potenzieller Wehrwolf und gefährdete somit den Aufbau des neuen fortschrittlichen Deutschlands. Es bedurfte keines begründeten Verdachts, um als Wehrwolf verhaftet zu werden. Eine bloße Behauptung genügte. Schuld musste nicht nachgewiesen werden. Bis zum 10. September 1945 waren von den sowjetischen Geheimdiensten und Militärdienststellen bereits 12.384 Personen als Saboteure festgenommen worden. Der Anteil von Wehrwölfen unter ihnen war allerdings gering. Am 24. Oktober 1945 berichtete NKWD-Chef Beria an Stalin, 3.336 Wehrwölfe seien festgenommen worden. Das Schlimmste, was einem Jugendlichen nach dem Krieg passieren konnte, war der Verdacht, ein Wehrwolf zu sein, schreibt Dieter Großherr in seinem Buch »Wir vom Jahrgang 1929«. Die Sowjets hielten 6.750 ehemalige Hitlerjungen für verkappte Wehrwölfe und verhafteten sie, auch wenn ihnen nichts nachzuweisen war. Einer von ihnen war offensichtlich ich. Der Hauptmann in der Lignitzer Villa, der mir gerade vorwarf, ein Wehrwolf zu sein, hatte natürlich keine Beweise. Er konnte auch keine haben, denn mit dieser Organisation hatte ich nun wirklich nichts zu tun. In einer oder zwei Nummern der Frontzeitung Panzerbär konnten wir in Weißwasser etwas über diese Aktion dieser Widerstandsgruppen lesen. Das war alles. Mehr wusste ich nicht. Und so hieß es zunächst einmal »Ab in den Keller«. Wo bereits sechs Gestalten auf an die Wände gestellten Bänken saßen. In der Mitte des Raumes waren, ähnlich wie in Weißwasser, Holzböcke aufgestellt, die mit Brettern belegt waren. Dazu gab es einen Stapel Decken und in einer Ecke einen Eimer für die Notdurft. Es sah fast so aus, als hätten die Männer auf mich gewartet. Sie umberringten mich sofort und stellten mir nach dem Händedruck die Frage, »Wie steht es draußen? Haben die Amerikaner den Russen wirklich Sachsen und Thüringen überlassen?« Als ich mit »Soweit ich weiß, ja« antwortete, war ihre Enttäuschung deutlich zu spüren. Vier der sechs waren schon drei Wochen hier. Zwei erst vor drei Tagen festgenommen worden. Zwei hatten Funktionen in der örtlichen NSDAP bekleidet. Der dritte war Wachmann bei einem Wohnheim für Ostarbeiter, einer Unterkunft für die zur Zwangsarbeit verpflichteten Russen, Ukrainer und Polen. Der vierte hatte als Reserveoffizier eine Kompanie des Volkssturms kommandiert und der fünfte war Direktor eines Maschinenbaubetriebes, in dem französische Kriegsgefangene hatten arbeiten müssen. Der sechste, einzige neben mir, der noch keine grauen Haare hatte, winkte einfach nur ab, als ich ihn nach dem vermutlichen Haftgrund fragte. Und er verriet ihn mir auch nicht in den folgenden Wochen. Sehr schnell setzte eine gewisse Gleichmäßigkeit ein. Es entwickelte sich eine Art Gefängnisalltag. Jeden Tag gewährte man uns zu unterschiedlichen Zeiten, bewacht von zwei Soldaten, eine halbe Stunde Freigang auf dem Hof der Villa. Das Mittagessen, stets Suppe oder Brei, wurde in einem einzigen, aber sehr großen Topf in den Keller gebracht und auf die Bretter gestellt, auf denen wir nachts schliefen. Jeder hatte einen Löffel, aber keinen Teller oder Becher. Deshalb mussten wir alle aus einem Topf essen. Das ging meistens nur in zwei oder drei Schichten. Und es war bei ständigem Hunger immer schwierig, dabei Maß zu halten, damit auch die nächsten Esser noch einen etwa gleich großen Anteil löffeln konnten. Ich gab mir Mühe, wie die anderen auch. So klappte es zumeist. Das Nichtvorhandensein von Tellern oder Schüsseln und die knappen Brotrationen morgens und abends waren wohl ein Zeichen dafür, dass sich der NKWD in Lignitz noch nicht fest etablieren konnte. Dafür sprach auch die sehr eingeschränkte Waschmöglichkeit. Wir durften uns zwar jeweils zu zweit in der Waschküche der Villa waschen, aber mit kaltem Wasser und ohne Seife. Nach einer Woche wurde ich zu einem ausführlichen Verhör geholt. Anders als beim Aufnahmegespräch wurde der deutsch-radebrechende Hauptmann jetzt von einem zivilen Dolmetscher unterstützt. Da ich auf die Frage nach der Wehrwolf-Tätigkeit immer wieder nur antworten konnte, dass ich weder daran beteiligt gewesen war, noch Einzelheiten darüber wisse, erweiterte der NKWD-Mann die Thematik. Er wollte jetzt wissen, wo die Panzerfäuste und die anderen Waffen unseres Kommandos geblieben seien, ob wir sie nicht doch in ein Versteck gebracht hätten. Wenn ich auch nicht als Wehrwolf aktiv geworden sei, so könne ich doch wenigstens das zugeben, bedrängte er mich immer wieder. Ohne Erfolg. Trotzdem versuchte er es nach einer weiteren Woche noch einmal. Aber ich blieb bei der Wahrheit. Die Panzerfäuste hatten wir beim Bataillonsstab in Klitten abgeliefert, die anderen Waffen an der Elbe abgelegt oder in den Fluss geworfen. Der NKWD-Offizier glaubte mir nicht. Er sprach es nicht aus, aber man sah es ihm an. Dennoch beendete er das Verhör. Die nächste Woche ließ er mich in Ruhe. Es geschah nichts, was meinen Fall betraf. Eines Tages lag bei jedem Waschbecken ein Stück Kriegseife. Und das große Eintopfessen wurde auch leichter, weil die beiden NS-Amtsträger eines Tages aus dem Keller geholt worden und nicht wiedergekommen waren. So waren wir nur vier Gefangene, die einen Platz beim Mittagessen brauchten. Die Tage dehnten sich. Immer wieder dieselben Gedanken. Was wird werden? Bringen sie dich nach Sibirien? Wohin die beiden erwachsenen Nazis aus unserem Keller vielleicht schon unterwegs waren? Oder lande ich in einem Internierungslager für Unterstützer des Naziregimes? Angeblich sollte es von denen in allen Besatzungszonen schon einige geben, wie ein Mitgefangener behauptete. Die Zeit schleicht und das drückt aufs Gemüt. Ende dieser dritten Woche schließlich werde ich wieder in das Verhörzimmer geholt. Doch es ist kein Dolmetscher da. Der Hauptmann braucht offenbar auch keinen. Er kramt kurz im Schreibtischkasten, holt meinen Ausweis raus und schiebt ihn mir über den Tisch. Dazu die Worte »Du nach Hause!« Verstehen? »Weiß Wasser!« Ich staune. Irgendwie hatte ich ja auf diesen Augenblick gehofft, aber nicht daran geglaubt. Sibirien ist plötzlich ganz weit weg und die Heimat ganz nah. »Na, Pahichali!« »Na dann los«, sagt der NKWD-Mann noch und übergibt mich einem Soldaten, der mich bis zum Gartentor der Villa bringt. Ich trete auf die Straße. Als ich mich umdrehe, ist der Soldat schon wieder an der Haustür. Keiner mehr hinter mir, mit der Maschinenpistole im Anschlag. Erst in dieser Sekunde begreife ich ganz, das war eine Blitzentlassung. »Ich bin frei!« »Nach Hause!« »Schön und gut!« »Aber wie?« »Und vor allem, wo lang?« »Ich kenne die Stadt nicht, war noch nie hier.« »Durchfragen, ja.« »Aber bei wem?« »Die Straßen sind nahezu menschenleer.« »Es gibt nur eine Möglichkeit.« »Zurück zum Bahnhof.« »Immer mit der Gefahr einer sowjetischen Patrouille in die Arme zu laufen.« »Also schnell, ich renne los.« Unterwegs begegnet mir eine ältere Frau. »Ich frage sie nach dem Weg, nach Weißwasser oder Muskau.« Sie zuckt mit den Schultern. »Kenne ich nicht,« sagt sie. »Ich bin nicht aus Legnitz, ich bin aus Breslau.« Ich hasste weiter. »Ich erreiche den Güterbahnhof.« Er wirkt genauso verlassen wie das Bahnhofsgebäude. Weit und breit kein Mensch. Aber in einem Stellwerk scheint Licht zu brennen. Vielleicht sitzt dort ein russischer Posten. Egal. Ich muss weiter, muss raus aus Legnitz. Zuerst klopfe ich, dann donnere ich gegen die Tür. Ein, zwei Minuten vergehen. Ein älterer Eisenbahner öffnet und sagt sofort, »Schnell rein, ehe dich hier ein Russe sieht.« »Ich erkläre, woher ich komme und wohin ich will.« »Da hast du aber unverschämtes Glück gehabt, denn wen die erst mal haben, den behalten sie auch,« meint er. »Deshalb musst du wirklich schnell weg von hier.« Anhand einer an der Wand angebrachten Eisenbahnkarte versucht der Mann in der dunkelblauen Uniform, mir meine Marschroute zu erklären. In westlicher Richtung auf der Straße, parallel zur Eisenbahnstrecke. Über Stehendorf, Hainau, Thomas-Waldau bis nach Bunzlau. Dort dann in Richtung Freiwaldau, über Glitschdorf und Tiefenfurt bis zur Neiße. Schließlich den Fluss entlang über Pribus nach Norden. Bis nach Muskau, Weißwasser. Keins der Dörfer, die er nennt, ist auf der Eisenbahnkarte verzeichnet. Ebenso wenig sind es die Straßen. Aber der Graukopf kennt den Weg. »Ich habe nämlich eine Schwester in Freiwaldau. Doch die ist sicher noch nicht zurück von der Flucht.« Eigentlich habe er sich auch absetzen wollen, aber alle Eisenbahner mussten bleiben. Nur ihre Familien wurden mit einem Flüchtlingszug weggebracht. Dann jedoch seien die Russen so schnell da gewesen, dass es keinen Sinn mehr gehabt hätte, zu verschwinden. Er bringt mich runter zur Tür und drückt mir zwei Geldscheine in die Hand. »Wenn du unterwegs versuchst, was zu essen, zu ergattern, dann ist es besser, Bezahlung anzubieten, als zu betteln. Lauf los, Junge. Viel Glück!« Und ich laufe los. Das heißt, ich renne so gut ich kann. Die Straße nach Westen verläuft tatsächlich zunächst neben der Eisenbahnstrecke, die aber bald aus der Sicht gerät, wie endlich auch die Stadt. Es beginnen drei Tage und zwei Nächte voller Angst und bald auch voller Schmerzen. Denn meine Turnschuhe waren keine Sportschuhe, wie man sie heute kennt. Sie hatten weder ein gepolstertes Fußbett noch stabile Plastiksohlen. Sie hatten nur eine sehr dünne Kunststoffsohle und einen dunkelblauen Stoffüberbau mit einem kleinen Gummibändchen, das sich über den Spann des Fußes zog. Das bedeutete, auch den kleinsten Stein spürte man an der Fußsohle. Dazu kam, dass bei dem linken Schuh der Rand des textilen Überbaus am Knöchel scheuerte. Bei dem kurzen Marsch nach meiner Verhaftung in Krauschwitz zur russischen Kommandantur in Weißwasser und dann zum Militärtransportzug hatte ich das Scheuern des Schuhs in meiner Aufregung gar nicht wahrgenommen. Jetzt aber wurde es schon nach den ersten Kilometern zu einer Belastung. Ich versuchte zunächst halbseitig barfuß zu laufen, doch da verschob sich der Schmerz nur auf die Fußsohle. Also wieder rein in den für meinen linken Fuß offenbar zu engen Schuh. Dieser stammte wie auch meine Jacke aus der Hinterlassenschaft meines gefallenen Vetters Günther. Nach und nach entstand aus dem Scheuern der Haut eine nicht tiefe, aber doch schmerzende Wunde. Doch nicht der Schmerz, sondern Angst war das mich beherrschende Gefühl auf diesem etwa 110 Kilometer langen Heimmarsch. Schließlich musste ich damit rechnen, dass sowjetische Soldaten mich aufgreifen. Vielleicht, weil aus ihrem Gefangenentransport ein Deutscher entwichen war oder sie mich für einen Wehrwolfjungen hielten. Ich hatte ja nichts in der Hand, womit ich hätte beweisen können, dass ich vom NKWD in Lignitz gerade aus der Haft entlassen worden war. Also ständig nach hinten und vorn schauen, ob nicht russische LKWs oder gar der Jeep einer russischen Patrouille auftauchte. Es hieß immer bereit sein, sich blitzartig in den Straßengraben zu werfen oder noch besser, im Waldrand oder in den Büschen an der Straße zu verschwinden. Aber die Straße blieb leer. Erst bei Hainau kam mir ein Gespann entgegen. Keine Russen, sondern eine deutsche Bauernfamilie, für die der Großvater anstelle des eingezogenen Familienvorstandes die Pferde führte. Mit ihm sind seine Frau, die Schwiegertochter und zwei Enkelinnen. Die beiden klettern erst aus ihrem Versteck aus Federbetten und Decken, als wir einige Worte wechselten. Vor Wochen geflüchtet, wie die meisten Schlesier, wollen sie zurück nach Waldau, nicht weit weg von Lignitz. Wenn der Krieg zu Ende ist, da muss man doch nach Hause, sonst wird das, was nicht zerschossen wurde, noch geklaut, sagt der alte Bauer. Ich erkundige mich, ob ihnen Russen begegnet sind. Nein, aber polnische Soldaten. Also heißt es, weiter auf der Hut sein. Ehe sie weiterfahren, frage ich noch nach etwas Essbarem. Ich bekomme einen Kantenbrot und eine Scheibe Speck. Geld wollen sie keins. So bleibt mir nur ein Dankeschön mit dem Wunsch an sie, das letzte Stück ihrer Heimkehr auch noch unbeschadet zu schaffen. Damals noch nicht wissend, dass sie schon bald diese Heimat werden für immer verlassen müssen, weil eine neue Grenze an Oder und Neiße entsteht. Als es dunkel wird, habe ich Kaisers Waldau erreicht. Ich klopfe an die Tür eines der wenigen Häuser, aus deren Fenstern Licht schimmert. Eine alte Frau öffnet. Nachdem ich meinen Spruch woher, wohin aufgesagt habe, lässt sie mich ein. Sie sagt, ihr Mann sei ungeachtet seiner 68 Jahre noch zum Volkssturm geholt worden und die Tochter habe sich mit ihren Kindern einem Treck nach Westen angeschlossen. Sie aber sei geblieben, denn man könne doch nicht alles aufgeben und einer müsse sich schließlich um das Vieh kümmern. Jetzt warte sie vor allem auf ihren Mann. Ich bekomme zwei große Scheiben Brot mit Leberwurst aus dem Einwegglas, kann mich waschen, sogar meinen kranken Fuß baden und darf in einer Kammer schlafen. Am nächsten Morgen verbindet meine Wirtin den Fuß, was freilich den Turnschuh leider noch enger macht. So muss ich auf der nun beginnenden nächsten Etappe nach einigen Kilometern einen Teil der Binde wieder abwickeln. So läuft es sich besser, wenn auch nicht schmerzfrei. Bunzlau, als Töpferstadt mit ihrem berühmten blauen Steingutgeschirr, war sie uns im Heimatkundeunterricht in der Volksschule vorgestellt worden, umgehe ich vor allem wegen der polnischen Soldaten, von denen die heimkehrende Bauernfamilie erzählt hatte. Begegnet bin ich ihnen aber doch noch. Zwischen Klitschdorf und Tiefenfurt kommt mir eine polnische Militärkolonne entgegen. Da ich sie zeitig genug bemerkt habe, kann ich in den Kuscheln, den Kieferanpflanzungen am Stadtrand, verschwinden. Als dieser zweite Wandertag zu Ende geht, bin ich in Tiefenfurt. Hier finde ich keinen Übernachtungswirt. Klopfen an verschiedenen Türen hat keinen Erfolg. Ich übernachte in einer Scheune am Rande des Ortes. Trotz des schmerzenden Fußes schlafe ich schnell ein. Hungrig starte ich in den dritten Tag. Ich habe mir vorgenommen, es jetzt bis zur Neiße zu schaffen. Und ich schaffe es, trotz des zunehmenden Kohldampfs und der quälenden Schmerzen am linken Fuß. In der Abenddämmerung klettere ich über Teile einer gesprengten Neißebrücke und bin in Pribus. Gleich am ersten Haus klopfe ich an. Bis heute erinnere ich mich daran, dass es aus gelben Klinkerziegeln gebaut war. Es dauert eine ganze Weile, bis die Tür geöffnet wird. Zunächst sehe ich, dass an einem der Fenster einer der Hausbewohner versucht, im Halbdunkel zu erkennen, wer da Einlass begehrt. Nicht sehr groß und ziemlich schmal sehe ich sicher ungefährlich aus. So werde ich eingelassen, begleitet von der Frage, wo kommst du her? Der liebe Gott meint es noch einmal gut mit mir. Ein altes Ehepaar, schon beim Abendbrot, bittet mich an den Tisch. Dort steht neben Kartoffeln und Rotkohl der Rest des Kaninchens, der mittags übrig geblieben war. Wenn man alt ist, isst man nicht mehr so viel, sagt die Frau und fordert mich auf, zuzugreifen. Wir sind Selbstversorger, gehungert haben wir bisher nicht, fügt sie noch hinzu. Ich esse alles, was die beiden Gastgeber nicht auf ihre Teller legen. Auch der letzte Rotkohl und die letzten Kartoffeln wandern in meinen Magen. Dann darf ich sogar noch auf dem Sofa übernachten. Am vierten Tag meiner Rückreise spüre ich meine Fußschmerzen kaum noch, obwohl die verbundene Wunde immer noch nässt. So bin ich froh, nun schon bald wieder zu Hause zu sein. Von russischen oder polnischen Soldaten keine Spur. Auch sonst keine Menschenseele auf dem Sandweg, der entlang der Neiße nach Norden führt. Unsere damalige Kreisstadt Rotenburg lasse ich links liegen. Auch die Dörfer unten rechts im Tal des Flusses meide ich, Podroge, Pechern und Skarbersdorf. Ich passe nur auf, dass ich vor Saga die Abkürzung nach Keula, inzwischen ein Ortsteil von Krauschwitz, nicht verpasse. Als die ersten Häuser auftauchen, fühle ich mich schon fast am Ziel. Noch den Berg hinauf nach Krauschwitz, vorbei am Schlösschen der Fabrikantenvilla und dann leuchtet schon der weiße Giebel des Hauses meiner Verwandten hinter einigen Straßenbäumen. Die Freude ist groß. Tante Marie weint. Mein Onkel Richard, stets in gerader militärischer Haltung, wie es sich für einen Hirschberger Jäger gehört, grüßt mich. Er klopft mir auf die Schulter und sagt, so weit zu tippeln, hätte ich dir gar nicht zugetraut. Doch dann eine Bemerkung, die mich zusammenzucken lässt. Wir haben russische Einquartierung. Doch mein Schreck erweist sich als unbegründet. Weder der leichtfüllige Militärarzt noch seine stramme Assistentin, die zwei Zimmer im Haus in Beschlag genommen haben, erkundigen sich, woher der plötzlich aufgetauchte Neffe kommt. Ich profitiere sogar von ihrer Anwesenheit. Pellkartoffeln, zu denen wir nur Pflaumenmus oder manchmal auch Ziegenquark essen können, schwenken sie in Butter. Der Topf mit dieser Köstlichkeit steht oft in der Küche auf dem Herd. Ich erlaube mir, immer wenn keiner zusieht, einen Griff nach diesen Schmeckerchen. Ende der vierten Folge. In der fünften Folge trifft Klaus seine Eltern wieder. Endlich ist der Krieg vorbei. Doch der sowjetische Geheimdienst lässt ihn nicht in Ruhe. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 condensed